Der Ilse-Radweg am Hafen von Großregen ist zum ELA-Projekt des Monats März gekürt worden. Das Brandenburger Agrar- und Umweltministerium hatte für den Bau 199.000 Euro Fördermittel aus dem EU-Agrarfonds ELA bereitgestellt. Der Eigenmittelanteil betrug 73.000 Euro. Der 420 Meter lange Radweg verbindet die Seestraße mit der Hafenstraße der ehemaligen Bergbaustadt. Die Strecke bilde einen Bypass zum überregionalen Radwegenetz, der sogenannten Seenlandroute, und erschließe ein weiteres Teilstück des Radweges um den Senftenberger See. LED-Beleuchtung, eine Radreparaturstation und ein Strompoller als Ladestation für E-Bikes und Handys runden das Angebot ab.